. Alles klar? Alles klar? Da ist irgendwas oben. Hier ist dein Schuhbein. Warte mal, warte mal. Ich heb's hinten mit der Heckkasse. Der ist Farsta, warte mal. Junger. Das ist blöde. So ein Hadeschau oder? Ah, sch**. Oh, was? Oh, was ist das? Ich hab's nicht verborgen. Zache, bitte. Zache, bitte. Differente ai bl***. Okay, sorry, sorry? Das ist ein Problem, ich will nicht, dass E-Mann hier... Achso, ja, ja, okay, so, don't worry, sorry, 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 canst du bitte, bitte, ja, 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 sorry, bye, bye, ciao, tschüss, have a nice evening, bye. Das ist crazy. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, 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 he said bled, that's why I think he's Ukrainian, and, ah, okay, and there are Ukrainians, the dramatic of the war, maybe like this, and that's why, it's better than we go now, because he's over there, yeah. Ja, we'll see you at the next time. Ja, we'll see you at the next time. Yes, we'll see you at the next time, right? Yes. Was ist das? Alter! Du bist laut, oder? Du bist laut, oder? Du bist laut, oder? Ja, du bist laut, oder? Ja! Was ist das? Was? Nein! Weiter! Geht's! Geht's, hast du Wetter? Nein, es geht. Geht, lass mich her. Geht's! Geht's! Oh, Junge! Oh, ist jetzt das Problem? Geht's! Motor 46, was ist das? Oh, Scheiße! Geht's! Enercode 46! Enercode 46! So! Danke! Ich muss in Bewegung bleiben! Ich muss in Bewegung bleiben! Ich muss in Bewegung bleiben, es fällt aus! Geht's! Ich muss in Bewegung bleiben! Ich sollte in Bewegung bleiben! Der ist neu. Ist das laut? Schau, oder? Ja, mein Moped ist kaputt, da brauchst du nicht rumgefahren. Vorne ist gerade voll ausgerastet. Warum hast du dich so schnell? Zu mir. Junge, wie denn? Was? Der Typ hat sich gerade voll aufgeregt, dass ich so schnell fahre. Polizei! 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 Warte mal! Parkplatz? Na, da ist ein bisschen blöd. So, nach vorne hin. Parkplatz eigentlich? Ja, so. Weil da ist so viel verkehr, was? Ei, ei, ei. Wollen wir halt nicht vermutieren, was wir machen? So nett. Wir sind als Nachhaltig... Nachhaltig. Bleib noch gerade stehen! Stopp stop 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 stop! Stopp stop 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 stop! Was? Stopp stop 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 stop! OHH MEIN GOD! Halt sie in den Start! Weil die Knappel in Richtung... Tu deine Brenn runter! Tu deine Brenn runter! OHH MEIN GOD! Der ist einfach im Stachel Richtung Auge! OHH MEIN GOD! Ne! Was? gestochen? Nein! Ich glaube ich hab die noch... Ich hab dich noch gerettet, in der letzten Sekunde Gib dir mal den Stapfel mit irgendeinem Weg zu suchen Ich hab richtig in mein Finger nicht gestorben Ich kann meine Kupplung nicht sehen Schau meine Hand ab, wie geschwollen die ist Da kannst du kein Circus machen Okay, hör lieber auf Das wird immer schlimmer Ja, das wird immer schlimmer, ich sag ja Jetzt hat mich schon wieder eine Biene in den Holz gestochen Verdammt, das ist nicht Da ist immer richtig, es wird immer noch Rundfunk Doch! Safe! Einfach du geradeaus! ich will weg treten aber komm mal drüber oder so im ball keine chance das geht schon im ball doch boah ist das steil vielleicht gehen wir ja warte ich hatte es gesagt so unten ich stich die ganze ein bisschen aus ich merks zieh raus weg weiter tue nochmal weiter ich denke ja das war der punkt jetzt der boden hier schaut aus ist doch lange mal mehr ganz wahnsinn hier Richtung zel hier Richtung zel oder kann man aufpassen ah AHHHHH! Junge! Jo! Ja, es hat so semi-funktioniert! Oh, merci die Leute da! Ja. Aber wir gehen jetzt mal unter und fahren einfach das Moped komplett aus. Überrascht gar nichts mehr. Ja, ist ärgerlich. Guck mal am Motor aus! So, abschleppten. Aber irgendwie rollt die. War nicht so gut. Ja. So, dann rollen wir da mal runter. Er kann Sprit mehr. Ich fahre auch ohne Motor. So. Schauen wir mal. Was passiert jetzt? Ja, du! Oh, die war knapp. Okay. Ich hab mal aufpasst. Entschuldigung. Passt schon. Ist gut. Gott sei Dank ist nichts passiert. Servus! Du Hörgast! Alter, ich hätte es nicht geschafft, dass ich da stehen bleibe. Ich hab wirklich schlecht gewissen. Hey, was ist denn los? Hallo! Gut. Sicherungswechsel. Hattest du die Sicherung rausgehauen? Ja. Ist die Sicherung schon wieder raus? Motorradersatzteile 24. Mit Patty 10. 10% Rabatt auf alle Sicherungen. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, das ist wegen meinem neuen Notaus- und Elferter. Jetzt muss ich den noch was machen. Ja? Das ist mein Fahrringer. Ich hab schon gemacht. Hast du das so gemacht? Ja, ich hab schon gemacht. Danke. Schau, ist was warnt. Schau. 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 Was ist jetzt passiert? Hä? Oeda! Ich habe nicht mal einen Rucksack dabei heute. Kennzeichen verloren. Stark geschliffen oder einfach Ola gaga Ich habe einen Rucksack dabei. Magst du schnell reinlaufen und schauen, wann das Auto fährt? Ja, ich lauf rein. So blöd kann ich hergehen. Was ich jetzt mache, das kommt dann in der Prüfung dran. Mach es dir kurz einmal vor. Whoa! Heißt du, was ich jetzt mache. Aber ich muss jetzt immer, was ich einen Moment, ich muss kurz auf deinen Potem herstellen, Ich brauche mir das Länge nach. Perfmem an der das Auto fährt. Ich brauche mich an das. Ich brauche mich an die Ziele zu dir. Aber ich brauche eine Gericht, der nicht. Untertitelung des ZDF, 2020